übersehen scheinbar keine chance okay dann eben erst mal die anderen es ist ja kein akt das mal geradeaus weiter da kommen wir her die zerbrochene kugel es ist alles verloren ich muss noch einmal von vorn beginnen seitdem ich die von agrippa gefundene kugel zu gewonnen habe hängen meine forschung von ihr ab der vorfall mit willhelm hat mich selber unruhigt aus angst nicht genügend gefangene zu haben fuhr ich mit dem abschließenden ritual ohne überlegung fort die kugel ist gesprungen und in sechs teile zerbrochen doch sechs teile ich habe alles versucht habe es aber noch nicht geschafft sie zu reparieren ich werde eine andere finden müssen es sei denn ich kann die zerbrochene kugel irgendwie zusammensetzen steckt noch immer leben in den teilen und selbst wenn die kugel nicht wiederhergestellt wird könnte ich immer noch ihre macht für meine zwecke nutzen jahrhunderte sind schon vergangen vergebens und ich beginne mich zu fragen ob ich jemals meine große liebe wiedersehen werde wie viel länger kann ich noch am leben bleiben deine große liebe ich habe mich verpasst schöne rüstung langsam wird es echt cranky jetzt rüstung rüstung zu es Öl, ist hier hinter irgendwas? Da komm ich nicht Ok, hier ist ein Opferding, Opferplatz Ok, dann gehts mal weiter nach rechts Ok, die eine Tür war zu, glaub ich da eine angelehnt, müssen die jetzt die Tür aber offen Äh Ja ne Alles klar Der Soklamatar hat eine Vertiefung, in die eine Kugel passen könnte Ach so Ich brauch die Kugel, um hier vorzukommen Aber wo ist denn die Splitter? Lalalala, ok Splitter liegen in den Folterräumen verteilt, ja Ja Ach das ist klar, aber irgendwie, äh, ne Das ist jetzt keine gefunden Ich geh nochmal hier rein Ich brauch auf jeden Fall irgendwas mit mir unten rein zu kommen, aber ob ich da jetzt schon rein muss, oder ist es später, ist die Frage Kann doch sein, dass ich da gar nicht rein muss Das kann natürlich auch sein Also geh ich mal zurück in die Folterräume, das ist jetzt nach rechts Und gucken wir die nochmal an Vielleicht hab ich ja wirklich irgendwas zu übersehen Es müssen da ja schließlich sechs Splitter sein Irgendwo Was ist das? Ja 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 Hauptschiff Ja 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 Ich dachte, gute Männer können glücklich sein über ihre Abreise, denn sie sind nichts als eine Belastung für die Menschheit. Man wird sie nicht vermissen. Ja Fleshback time Fleshback time Understood Ich kann ja auch nicht einfach so was finden, weil... Ich kann ja auch nicht einfach so was finden, weil... Ich die richtige Zelle erst finden muss... Das ist, glaube ich, meist in der Lichtwende, oder? Oder wie war das? Ob ich sowieso aber für das Fleisch war? Vielleicht muss ich das irgendwo hinlegen... Vielleicht muss ich das irgendwo hinlegen... Ah ah... Ich dachte nämlich... Ich werde. Ich darf sie nicht vor wie ich das... Ich bin schon ein Mann. Ich bin wirklich nicht nach Alexander. Ich weiß es nicht. Ich habe dich für einen Mann. Ich kann jetzt, wie ich mich für eine Menge an den Schlachteln beherst. Ich weiß, dass ich mich lieb, aber... Ich bin ja selbst... Ich denke, sie sind jetzt nicht so vor. Ich meine meine Herren. Aber ich jinne mich nicht mit einem Mann, dass ich... Ich glaube, dass er es für einen Mann. Okay, er sucht eine Notiz von einem Mann namens Johan, weil er da nicht was gefunden hat. Na, ja. Ach. Parch. Hmm. What level? Oh, das. So many of Alexander's things are breaking down. Look out! Maybe us a other room. There are machine parts hidden all over this place. You'll find a way to fix it. das hoffe ich, dass ich die Wege finde, die sie reparieren aber wo verdammt? vielleicht alle Türen aufmachen? Moment, hier ist Licht uhu, irgendwas hier, bla bla ha 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 Auf da. Ist auf jeden Fall wieder eine Rätsel, das ist schon klar, aber wie funktioniert der Shit? Ich habe alle Räume durchgeguckt, aber ich soll scheinbar erst mal die richtige Zelle finden. Wenn die Schreie von irgendeinem Typen durch die Rohre zur Decke gehen, die anderen informieren und dann muss ich wahrscheinlich immer hin und her, aber was ist die richtige Zelle und wie triggere ich die Scheiße? Aber ich habe dieses Fleisch auch. Ich habe Fleisch und ich habe Teer. Ich meine, was macht man damit? Ich habe versucht, das Fleisch irgendeiner Zelle zu legen, vielleicht um jemanden anzulocken. Geht nicht. Teer? Geht nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay Ich habe alle Türen offen Woran sehe ich denn bitte? Bitte Wo der richtige Weg ist Also das ist das Altar, da geht es dann später weiter Da bin ich hergekommen Gehen wir da nochmal Wieder zurück Vielleicht hat der Gripper ja nochmal ein bisschen Infos für uns Ich bin wieder Für mich, ich bin Heinrich Cornelius Agrippi Das war damals ziemlich wichtig Baron Alexander hat meine soul in his Todes für Jahre Wer weiß, wie viele Hundert sind Alexander ist sehr beeindruckend Ich bin wieder Wie ich habe sie noch vers erreicht ist Johann Eier Eier machen Ey, der lavert dir aber auch hoch ab, oder? Oh, neul. Ah. Okay. Ja, ja, keine Ahnung, so, egal Was hat er das jetzt gebracht? Als well Komm ich da vielleicht noch höher auf? Geht das nicht? Hoch, 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 nicht hoch... Äh, lass mich hoch Ich bin ein paar Orte, die sich nicht mehr verletzten. Nicht viele Orte sind leer. Sie manchmal verletzten sich selbst. Oder sie verletzten sich. Sie verlieren sich an einem Schiff. Ich war ein Schiff. So war mein Mann. Ich habe mir mein Leben. Ich weiß, dass Alexander zufrieden. Und ich habe es nicht mehr. Alter Okay, da drehen sich jetzt Zahnräder an Ist das ein Schalter? Wie funktioniert das?